Ich kann mich natürlich den beiden Vorrednern, was nicht überraschend ist, hundertprozentig anschließen. Und irgendjemand hat vorher gespottet, wenn du drankommst, dann brauchst du nur zu sagen, ich glaube es war der Josef, es ist schon alles gesagt worden und nur noch nicht von allen. Ich bin jetzt aufgerufen und die beiden Patres haben mich daran erinnert, etwas Grundsätzliches noch zu sagen. Ich habe meine Gedanken überschrieben mit, der Mensch ist zur Freiheit berufen. Grundsätzliche Anmerkungen zur Propaganda. Was ist Propaganda? Ein Begriff, der Böses beschreibt? Oder vielleicht etwas unglaublich Gutes? Müssen wir nicht zunächst einmal relativieren? Keine Sorge, es ist nicht beabsichtigt, hier der Diktatur des Relativismus zu frönen oder sich ihr willenlos zu ergeben. Obwohl gerade mit diesem Hinweis auf die nicht zuletzt von Josef Kardinal Ratzinger warnend immer wieder entlarvte und ausgesprochen gefährliche Fehlentwicklung der Postmoderne sind wir mitten im Thema. Gerade deshalb scheint es wichtig und erhellend zu sein, das Spannungsverhältnis von guter und missbrauchter Propaganda an dieser Stelle zu beleuchten. Es ziemt sich und ist wohl aus Gründen der Redlichkeit geboten, einer Begriffsdefinition den Missbrauch der Propaganda ansatzweise beziehungsweise beispielhaft folgen zu lassen, um das Verführungspotenzial gerade im Blick auf das Menschenbild anschaulich zu machen. Als Theologe, Historiker und Journalist rücken für mich selbstverständlich auch die Begriffe Verantwortung und Freiheit in den Fokus und zwar jenseits aller verdrängten Verpflichtungen, sie für ungültig zu erklären, weil eine herrschende Ideologie offenbar eine Phobie vor ihnen hat. Es mag sein, dass es altmodisch klingt, ist es aber beileibe nicht. Den Bogen auch zur Wahrheit. Josef Kraus hat ihn schon geschlagen, ein großer und unbequemer Begriff des Seins, des Seinanspruchs und seiner Bedeutung für das Leben in Demokratie und Freiheit zu spannen. Ganz bewusst soll daher auch auf einen Kern des Erbes unseres vor vier Monaten heimgegangenen Papstes und Kirchenlehrers Benedikt XVI. abschließend hingewiesen werden. Galt dessen bischöflicher Wahlspruch, der lautete Cooperatores Veritatis, wir sind Mitarbeiter der Wahrheit, etwa nur den geweihten Apostelnachfolgern? Oder schlummert hier, nicht zuletzt auch im Blick auf Propaganda, ein Auftrag an alle Menschen guten Willens, Mitarbeiter der Wahrheit, also auch und gerade an alle, die sich ausrichten auf Freiheit und Würde, die einer Gesellschaft, nicht zuletzt durch eine christliche Gesellschaftslehre erklärt, in den einzelnen Teilen dieser Gesellschaft, in jedem Menschen zusteht. Beginnen wir also mit der sauberen Definition. Im Lexikon für Theologie und Kirche wird darauf verwiesen, dass Propaganda ursprünglich ein biologischer Begriff ist. Er kommt vom lateinischen Propagare, was so viel wie Ausbreiten und Fortpflanzen bedeutet. Es war Papst Gregor XV., der in der Zeit der Gegenreformation, ich muss das Wort jetzt in Anführungsstrichen setzen, wir haben ja Dominikaner hier bei uns, also in der Zeit der Gegenreformation, 1622 eine prägende Bedeutung schaffte, als er die Sacra Congregatio de Propaganda Fidei, also die heilige Kongregation für die Verbreitung des Glaubens, ins Leben rief. So wurde aus der Propaganda letztlich ein Missionsunternehmen, eine Aktion, mit der der Ehrgeiz verknüpft wurde, dem Protestantismus, den wahren Glauben entgegenzuhalten und die neue Welt, man möchte sagen, mit der und aus der Wahrheit des einen und auf Christus selbst ausgerichteten Glaubens zu missionieren. Aus dieser Überzeugung war ein Missbrauch abseits der von Gott kommenden und auf ihn allein letztlich ausgerichteten Wahrheit weder denkbar noch irgendwie erlaubt. Propaganda war also in den Dienst der Heilsvermittlung gestellt. Und wie das immer so ist, der Erfolg sucht Nachahmer, und zwar im selbstdefinierten Interesse. So wandten sich beispielsweise im 19. Jahrhundert restaurative Kräfte gegen die Jakobiner und deren Propagandismus. Rasch bekam der Begriff Propaganda durch seine Nähe zu politischen Verschwörungen einen negativen Klang. Und seit der französischen Revolution hat der Begriff eine politische Aufladung, zumal sich 1790 in Paris der Club de la Propagande, und eine Geheimgesellschaft der Jakobiner, einer von Robespierre geprägten politischen Urlinken, gegründet hatte. Weiß ja keiner mehr, dass das sozusagen die Väter der Linken heute sind. Was ist Propaganda? Es wird deutlich, dass man ihr nur entsprechend begegnen und mit ihr umgehen kann, wenn man sie erkennt. Wer wachsam ist, hat mehr Schutz. Und das ist gar nicht so einfach, zumal es verschiedene Synonyma gibt, unter denen sie sich, wagen wir die wertende Formulierung einmal, tarnen lässt. Wertfrei könnte man sagen, Propaganda ist der Versuch gezielter Beeinflussung des Denkens, des Handelns und auch des Fühlens von Menschen. Vielleicht ist dieser Impuls hier, den ich gerade gebe, auch nichts anderes als Propaganda. Dann stellt sich nur die Frage, ob aufwertend oder abwertend. Eine Aufklärungskampagne gilt gemeinhin als aufwertend, als wertvoll und erkenntnisbereichernd. Abwertend wären wohl Agitation, Demogagie oder einfacher und harmloser Stimmungsmache, aber auch Hetze und Indoktrination. Ich will jetzt über das Wort Doktrina nicht philosophieren an dieser Stelle. Werbetechnisch ist auch Kundenfang eine Form der Propaganda. Zu den Synonyma zählen manche auch ganz einfach Öffentlichkeitsarbeit oder Sales Promotion. Und ganz konkret, weil ja stets ein bestimmtes Ziel verfolgt wird, betreiben vielleicht die beiden Moderatoren hier unserer interesseninteressierten und orientierten Veranstaltung gezielte Propaganda mit ihren intuitiven Fragen und Anmerkungen in ihrer Moderation oder betreiben Sie, wenn Sie sich gleich zu Wort melden mit Ihren Fragen, wo Sie ja auch was erreichen wollen, Propaganda. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung findet man ganz aktuell in einem namentlich nicht gekennzeichneten Artikel folgende Formulierung zum Stichwort Propaganda. Ich zitiere. Charakteristisch für Propaganda ist, dass sie die verschiedenen Seiten einer Thematik nicht darlegt und Meinung und Information vermischt. Wer Propaganda betreibt, möchte nicht diskutieren und mit Argumenten überzeugen, sondern mit allen Tricks, die Emotionen und das Verhalten der Menschen beeinflussen. Beispielsweise, indem man sie ängstigt, wütend macht oder ihnen Verheißungen ausspricht. Propaganda nimmt dem Menschen das Denken ab und gibt ihm stattdessen das Gefühl, mit der übernommenen Meinung richtig zu liegen. Hier zeigt sich, ich bin immer noch im Zitat, der große Unterschied etwa zur journalistischen Information. Doppelpunkt. Journalisten betreiben Aufklärung, indem sie alle verfügbaren Fakten und Hintergründe darlegen und die Menschen selbst entscheiden lassen, was richtig und was falsch ist. Zitat Ende. Ich kenne die Autorin oder den Autor, weil es namentlich nicht gekennzeichnet ist, nicht. Ich vermute aber, wenn das jetzt im Netz mal ein bisschen gestreut wird, wird dieser Artikel nicht mehr lange dort stehen. Ich will noch mal zitieren. Bundeszentrale für politische Bildung. Nicht diskutieren und mit Argumenten überzeugen, sondern mit allen Tricks die Emotionen und das Verhalten der Menschen beeinflussen. Beispielsweise, indem man mit Angst arbeitet, sie wütend macht oder in Verheißungen ausspricht. Wem fallen jetzt nicht einige Stichwörter ein an dieser Stelle? Corona, Impfungen, Klimawandel, Klimakleber, Enteignungen, Ukraine-Krieg, Energieversorgung, Wärmepumpen, Atomkraftwerke und so weiter. Nicht zu vergessen, die grundsätzlich, soll man jetzt sagen, propagierte Medien, Presse und Meinungsfreiheit. Grundsätzlich wird sie ja propagiert. Und wir haben ja eben auch gehört, sie wird auch ganz geschickt nicht ausgehöhlt, indem man sie aushöhlt. Stimmt eigentlich noch das in dem soeben zitierten Beitrag der Bundeszentrale für politische Bildung gemachte Diktum? Journalisten betreiben Aufklärung, indem sie alle verfügbaren Fakten und Hintergründe darlegen und die Menschen selbst entscheiden lassen, was richtig und was falsch ist? Ist es auch noch korrekt, wenn dort wenig später behauptet wird, der Begriff Propaganda werde heute, Zitat, vor allem im Zusammenhang mit Beeinflussungsstrategien in autoritären und totalitären Staaten verwendet? Zitat Ende. Oder im nächsten Satz, Zitat, in demokratischen Staaten unterliegen die Medien keiner direkten staatlichen Kontrolle. Zitat Ende. Hielte das bei einer Überprüfung mitten im Leben einem echten Faktencheck, darüber können wir vielleicht nachher noch diskutieren, wie diese Faktenchecks funktionieren, und bei unvoreingenommener und der Freiheit verpflichteter Beschreibung des Begriffs Kontrolle noch stand, wenn sich die demokratische Meinungsbildung an der Grundwerte Trias Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu orientieren hat, dann stellt sich die Frage nach der Kultur der Meinungsbildung heute sehr dringlich. Elman Nass hat in der neuen Ordnung vor zwei Jahren darauf hingewiesen, dass sich all das inzwischen weit von den drei Prinzipien entfernt hat. Seine Formulierung mag hart erscheinen, ist aber eine zutreffende Beschreibung. Ich zitiere Elman Nass. Öffentliche Meinungsbildung befindet sich unter der Glocke eines pädagogischen Paternalismus, der durch die überwiegend linksorientierte Journalisten zum maßgeblich geprägt ist. Und weiter, ein Meinungsdiktat im Namen des demokratischen Humanismus macht eben diesen zunichte. Solche unmoralische Dialektik wiederum ist gefährlicher Nährboden für antihumanistische Kampfideologien gleich welcher Art. Zitat Ende. Auch Marie-Louise Frick, worauf hier nur aus Zeitgründen nur kursorisch hingewiesen werden kann, macht in ihrem Werk Zivilisiert Streiten zur Ethik der politischen Gegnerschaft deutlich, wie sehr Moral und freiheitliche Streitkultur sich in einem schleichenden Prozess ihrer Dekonstruktion befinden. Gerade auch im Blick auf unser Thema gilt, sich Fragen zu stellen und sie nach Möglichkeit zu beantworten. Wie darf man mit Fakten umgehen? Wie darf man mit einem politischen Gegner übrigens, nicht nur in der Gesellschaft, vielleicht gerade auch in der Kirche in Deutschland, denn die Kirche ist von dieser Fragestellung nicht dispensiert, umgehen? Wie definieren wir Hass im Netz? Was ist politische Korrektheit? Bedroht sie die Freiheit und damit den Kern der Demokratie? Was schulden demokratische Mehrheiten demokratischen Minderheiten? Und er aus medienethischer und wissenschaftlicher Perspektive gleichwohl aber notwendigerweise gefragt, was verbirgt sich hinter der neuen Entdeckung eines konstruktiven Journalismus, der für sich in Anspruch nehmen will, bei allem Berichteten zugleich eine Lösung anzubieten beziehungsweise alles Berichtete in eine eigene Lösungskompetenz einzubetten. Diese neue Art nennt sich konstruktiver Journalismus. Hier leuchtet die leider nach wie vor aktuelle und kritische Frage auf, wie gefährlich ist das journalistische Nichttrennen von Nachricht und Kommentar? Wann wird der Journalist zum Propagandisten? Und wo ist der Übergang vom sogenannten konstruktiven Journalismus zum radikalen Konstruktivismus? Ein Beispiel aus aktuellem Anlass. Bei aller Notwendigkeit, das Klima nicht zu missachten und sich verantwortlich zu verhalten, gibt es wohl auch ein wenig Klimahysterie. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Ist der Klimawandel wirklich ausschließlich menschengemacht? Und warum haben wir vergessen oder verdrängen es, beziehungsweise lassen es uns verdrängen, dass sich die Erde alle 500 Jahre erwärmt und dann wieder kühler wurde? Man wird doch mal fragen dürfen, um eine wichtige Formulierung von Wolfgang Ockenfels zu zitieren, man wird doch mal fragen dürfen, warum Grönland, das wegen seines grünen Zustandes vor einem Jahrtausend seinen Namen trägt, damals so grün war, oder? Sind damals die Wikinger mit Dieselbooten auf Entdeckungstour gegangen? Oder fuhren damals so viele Dieselautos auf der Insel, dass es grün war, kein Eis? Oder vielleicht mit E-Autos, die, wenn sie im Laden neuwertig stehen, ja angeblich CO2-neutral sind, aber bei ihrer Herstellung allein der Batterien einen enormen CO2-Fußabdruck hinterlassen, so dass mancher Dieselfahrer, Autofahrer noch 160.000 Kilometer fahren muss, um auf denselben Wert zu kommen. Dann ist man mit einem E-Auto noch keinen Meter gefahren. Oder blicken wir in die Eifel. Woher kommen die vielen versteinerten Meerestiere eigentlich im Eifelschiefer? Weil sich die Tiere in Holland einen Rucksack voller Meereswasser auf den Rücken schnallten und übers Land wanderten, bis sie in der schönen Eifel meinten, hier lassen wir uns versteinern. Oder Achtung, fiese Frage, gab es damals hier etwa Meer? Wir hören ja immer, wie gefährlich CO2 sein soll. Wir Deutschen meinen ja, wir könnten die ganze Welt retten. Ist eben schon gesagt worden, 1%. Super. Die Klimakleber folgen einem Narrativ völlig kritik- und denkfrei. Ein paar Fakten. Ich muss zwei, drei Zahlen nennen. In der Luft sind 0,038% CO2 und davon produziert die Natur 96%. Menschen gemacht sind also nur 4% von 0,038% oder genauer ganze 0,00152% und davon hat Deutschland 3,1%. Also konkret wir sind verantwortlich für 0,000004712% Jetzt verstehen Sie die grüne Regierung, oder? Von dem was also die Zahlen stimmen. Eberhard Schockenhoff hatte schon in seinem 2000 erschienenen Buch zur Lüge verdammt Fragezeichen erklärt, dass der Konstruktivismus keinen Wirklichkeitsbegriff anerkenne, Zitat, der auf eine dem journalistischen Handeln vorgegebene Realität verweist. Sollte eine solche objektive Realität tatsächlich existieren, so könnten wir sie jedenfalls nicht abbilden oder erkennen. Im Klartext der Konstruktivist leugnet die Wirklichkeit auch die mentale und konstruiert jene Wirklichkeit, die dann sein Maßstab für alle werden soll. Ein altes Ratgeberwerk zur Propaganda stammt von keinem Geringeren als von Niccolo Machiavelli 1469 bis 1527 Der Fürst, so der Titel des Buches müsse sich drehen und wenden können nach dem Winde. Ein Schelm, dem jetzt hier mancher Politiker Name, ich nehme ein Verb, nun völlig Lauterbach einfallen würde. Und es heißt beim Meister der Machtbeherrschung und Machtmanipulation, der Mächtige müsse den Anschein machen, die überlieferte Moral zu wahren, dürfe aber vor Gewalt und Terror nicht zurückschrecken. Heute könnten wir Gewalt vielleicht durch den Moralinsauren Zwang ersetzen und Terror durch das vorgesetzte Wort Psycho ergänzen. Der französische Arzt Gustave Lebon, der bis 1931 gelebt hat, hat das gleichsam weiterentwickelt, was in seinem 1885 erschienenen, nein, der ist etwas später erschienen, erschienenen Buch Psychologie der Massen nachzulesen ist. Die Masse wird zum Mittel der Propaganda. Lebon schreibt, allein durch die Tatsache, Glied einer Masse zu sein, steigt der Mensch also mehrere Stufen von der Leiter der Kultur hinab. Als Einzelner war er vielleicht ein gebildetes Individuum. In der Masse ist er ein Triebwesen, also ein Barbar. Er hat die Unberechenbarkeit, die Heftigkeit, die Wildheit, aber auch die Begeisterung und den Heldenmut ursprünglicher Wesen, denen er auch durch die Leichtigkeit ähnelt, mit denen er sich von Worten und Vorstellungen beeinflussen und zu Handlungen verführen lässt, die seine augenscheinlichen Interessen verletzen. Zitat Ende. Gabriele Kubi hat in ihrem schönen Büchlein Propaganda daraus gefolgert, ohne Massenkommunikationsmittel gibt es keine Propaganda. Sie sagt aber auch Propaganda, hätte keine Chance, das Individuum zu vereinnahmen, es seiner Urteilskraft und Entscheidungsfähigkeit zu berauben, mit einem Wort, sich selbst zu entfremden, wenn sie nicht auf ein Bedürfnis antworten würde. Tatsächlich können wir ja feststellen, ist der entwurzelte Mensch in einer komplexen, schnellen, reizüberfluteten und bildungsfernen Gesellschaft weithin überfordert und sucht Schutzräume einer mentalen Beheimatung, bewusst oder unbewusst. Und deshalb darf man fragen, sind das schleichende Verbot von Bildung durch Genderwahn, Sprachzerstörung, gewollte Identitätsverunsicherungen bereits im Kindesalter, Sexualitätsvernichtung durch Respektlosigkeit, Geschlechter- und Schöpfungsleugnung, Utilitarismus und Ehrfurchtsverboten sowie Vergiftung der Familie, übrigens, ich sage es nochmal, nicht nur in der Gesellschaft, sondern bis hinein in die Kirche, nicht gewollte und unglaublich diabolische Formen der subkutanen Propaganda und alles unter der Regieanweisung die Konsumenten der Massenmedien, durch die sich eine grün-rote Diktatur in allen möglichen farblichen Außenschattierungen von Gelb bis Schwarz in die Denk- und Fühlstrukturen des Einzelnen schleicht, also die Konsumenten der Massenmedien dürfen nicht merken, dass sie Opfer einer medialen Kampagne sind. Wie viel Machiavelli, Le Bon und LGBTQ Propaganda stecken in dem vom Volk demokratisch Gewählten, aber nicht, so sagen manche, im Namen und zum Wohl des Volkes oder der Demokratie und Freiheit Regierenden? Wo fängt Propaganda an, wo hört sie auf? Wann ist sie legitim, wann ist sie gut und wann ist sie böse? Wann ist sie gefährlich und zerstörerisch? Wie von selbst kommen wir abschließend deshalb zum Menschenbild und zu dem, was man Wahrheit nennen kann. Was ist der Mensch? Kollektivteilchen oder beseeltes Individuum? Mit dem Philosophen Boetius aus dem 5. Jahrhundert könnten wir fragen, wenn es Gott gibt, woher dann das Böse? Und wenn es Gott nicht gibt, woher dann das Gute? Es ist sicher kein Zufall, dass die Frage nach Gott und seiner Beziehung zu jedem einzelnen Menschen geradezu systematisch verdrängt und vernebelt wird. Denn diese Frage ist gefährlich. Sie kann im Ergebnis vernichtend sein, jedenfalls für alles, was sich nicht der Frage nach der Wahrheit stellt beziehungsweise diese verbieten will. Eine demokratische Kommunikationsmoral muss sich auch dem Anspruch einer, wie er immer Nasses nennt, Handlungsoption stellen, Demokratie in Wahrheit wagen, Ausrufezeichen. Also ich will jetzt hier nicht an Willy Brandt erinnern, wir müssen mehr Demokratie wagen, wir müssen Demokratie in Wahrheit wagen. Und wenn diese um das große und nicht verschweigungspflichtige Wort Wahrheit, das hier für Christen einen ganz konkreten und personalen Inhalt hat, und wenn diese Wahrheit etwas mit Gott selbst zu tun hat, dann liegen hier auch die Koordinaten für Gut und Böse offenbar erkennbar für jeden. So gesehen sind alle berufen zu Mitarbeitern der Wahrheit. Diese Bereitschaft ist auch der beste mentale Impfschutz gegen ein Virus der falschen und verführerischen Propaganda, die der Personenwürde des Einzelnen, die daraus wachsenden Menschenrechte ignoriert und seiner Freiheitsberufung widerspricht. Denn der Mensch ist zur Freiheit berufen. Johannes Paul II. hat das am Brandenburger Tor 1986 mehrfach uns Deutschen, aber nicht nur den Deutschen zugerufen. Der Mensch ist zur Freiheit berufen. Und diese Freiheit hat einen Namen, hat er damals gesagt. Diese Freiheit hat einen Namen, Jesus Christus. Das ist nichts Abstraktes. Das ist was ganz Konkretes. Diese Freiheit hat einen Namen, Jesus Christus. Das klingt fromm, bleibt aber wahr. Und ganz konkret. Johannes 8, 32 ist also auch ein Kompass für unsere verwirrte Gesellschaft und Kirche in Zeiten der Irritation und der Haltlosigkeit. Veritas libera bit vos. Veritas libera bit vos. Die Wahrheit wird euch freimachen. So ist es nun mal. Danke. Applaus 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 Applaus